Hallihallo, habe die Ehre, herzlich willkommen zurück zu Sognatica. Wir sind auf, naja, eigentlich nicht Tauchgang, sondern auf Erkundungsturm. Auf unserem wunderschollen, wundertollen, wunderschönen Schiff. So rum wollte ich sagen. Ähm, ich glaube hier gibt es einiges, das machen wir aber gleich oder später. Komm, wir machen es gleich. Ah, da wäre es zehnmal der, oder? Krebs, den gibt es ja auch noch. Das war das Ding, das ich... Ah, jo. Alter, mach mich nicht fertig. Boah, aber ich krieg schon wieder... Boah. Kind of. Ich bin dein Vater. Hallo? Hallo? Es ist gleich passend. Ja, ja, da ist nichts. Erlöschen mit einem Prozent, kann man auch noch verquasen. Was will ich jetzt mit einem Verkaufsautomat? Warum will ich ein Tagesmenü? Ja, da ist nichts, das brauchen wir auch nicht löschen. Ja, da ist nichts, das brauchen wir auch nicht löschen. Einzelbett. 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 Ganz wichtig. Ganz wichtig. Eine Bank ist natürlich überlebens. Inventar ist voll. Oh, dann... Dann... Lass mal essen. Hm. Ich muss nicht mal fallen lassen. Ich nehme die Reisetasche mit. Was will ich mit dieser Reisetasche? Eine Tasche zum Transport persönlicher Dinge. Was mache ich mit dir? Kann ich dich füllen? Ich glaube, wir müssen hier eine Reisetasche rein. Nein. Hey. Biene 1. Wir haben da eine Info. Äh, trotzdem Hinweise. Wir haben noch nicht. Au. Au. Dienstquartier. Äh, ist halt das Kacke mit dem Momentar. Muss ich jetzt so eine ganz ehrlich sagen. Integrating new PDA data. Huh? Wann mal eine Tasche? Das ist das. Wann mal eine Tasche? Wann mal eine Tasche? Wann? 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 Integrating new PDA-Data Mal die Tasche hier Jetzt auf jeden Fall noch Wasser und Gedöns Keine Zugangsdaten Musik Musik ... 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 Das habe ich verpasst. Ich komme doch irgendwie in dieses Kapitänsgedöns rein. Der Datenartefakt der Datenauskonsolen. Bestreckungsplattform. Ich verstehe, ich weiß, dass ich nicht recht zu machen, aber ich muss Sie verstehen, dass ich meine Arrangementen möchte. Ich verstehe, was Sie sagen, und ich will versuchen, zu respektieren. Wie würde ich es? Ich würde es reduzieren, unsere Kontakt zu uns. Wie viel weiter können wir das tun? Zu zero. Du hast mich verletzt. Ich verletze die Terme unserer Reaktion. Wie ist es noch eine Reaktion, wenn wir uns nicht sehen? Es ist eine Reaktion des Kindes. Du hast so viele Worte. Ich finde, du willst nur mehr Zeit mit dem dumm Mann in das dumm Roboter-Suit. Das ist nicht ein Gefühl. Es ist ein Verzucht. Und ich fühle mich in was du sagen. Vielleicht ist dein Gehlosigkeit, dass du noch mal wieder schauen kannst. Warum kannst du nicht einfach für mich? Ich bin für dich. Und ich bin für alle die Leute in der Prawn Bay. Ich bin einfach nicht für mich. Das ist deshalb, ich möchte unsere Arrangementen ändern. Das ist so peinlich hier. Das ist so peinlich hier. Oh gut, ich muss mir nochmal ein Auge halten. Hier brauche ich... Wenn wir noch ein paar Mal herkommen, denke ich schon. Äh, kommen wir? Ich meine, hier hinten gab es noch was Brauchbares, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Was habe ich? Frachtmodul. Oh! Das ist doch mal was. Oh! 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 Okay. Huh? Integrating new PDA data. Kabine Nummer 1. Code. Okay. Das gleiche da. Schnüppeln wir uns doch die Türe durch. Okay. 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 Scans of damage to the Aurora do not match any known offensive technologies. Das war's. The drive core shielding, sustained internal damage during collision, do not attempt repair without appropriate qualification. Äh, ach, das soll Rauch darstellen. Warning, local radiation at maximum tolerable level. Ja, ja. Okay, Wasser mehr, gell? Jetzt auch nicht verquasen. Ähm... So viel Batterien? Da keine mit... Da gibt's doch einen mit 34% oder so. Null, weg. New Blueprint, Acquired. Okay. 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 Okay, da ist nichts drin. Ummm... Ahh... Ist das aufs Stuhl? Verpissst euch doch mal. Wo war es jetzt? Verpissst euch doch mal. Verpissst euch doch mal. Verpissst euch doch mal. Verpissst euch doch mal reparieren. 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 Alles da. Verpissst euch mal reparieren. Verpissst euch mal reparieren. Verpissst euch mal reparieren. Verpissst euch mal Geraldine. Verpissst euch mal outbreak. Verpissst euch mal reparieren. Komm ich hier hoch? Das brauchen wir auch zu erwingend. Okay, dann ist das hier nichts mehr. Ich hoffe, hier ist schon noch was. Okay, wir können jetzt in den Raum rein. Hier haben wir alles. Maschinenraum. Hier frage ich mich gerade, ob wir da hin kommen. Ja, dann nimm halt den Gegenstand. Ja, ich könnte das jetzt auch nehmen und da rumerschieben. Da nehme ich noch schnell das Wasser hier unten mit. Jetzt kommt der Kiste. Der Stoffblock. Das essen wir auch gleich. Das ist das. Ich werde etwas mit dem. Ich bin schon mal hier. ... Das ist das. Loser sind die Ecke. Ich hab's schon mal rausgekommen Aurora systems are running on local reserve power unable to remotely download black box data oh 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 Luftschleusen ja oh 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 komm auf jeden wieder raus das ist schon mal neiste ne wahl darfst du mir schocken oh oh pff ich wusste mal keinen Bock mich zu nerven sie davor pissen Zagelzement ähm o 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. War ich da nicht schon drin? Frachtraum. Ich hab den nur mal weggeschmissen und nicht nur mal weggeschmissen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Willkommen aboord, Captain. 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 Willkommen aboord. Willkommen aboord, Captain. 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 Willkommen aboord, Captain.